Das ist jetzt die nächste Folge von Masupilami World Adventures und ich glaube man hört es an meiner Stimme, dass ich wieder etwas, ähm, ja, beschädigt bin. Es tut wieder alles weh und, ähm, ja, ich mache trotzdem noch eine Aufnahme, bis meine Stimme komplett, äh, im Popo ist. Also sie nicht mehr richtig funktioniert. Schön, dass ihr alle wieder da seid zur neuen Folge. Und, äh, ja, wir machen heute noch weiter mit den Kataklysmus-Leveln. Wir haben ja noch einige vor uns und, äh, ich würde mal sagen, wir machen mal, äh, den verdächtigen Sumpf. Ja, da bin ich mal sehr spannend. Höhöhöhöhöhöh. Ich weiß jetzt schon, dass meine Stimme nach dieser Aufnahme, glaube ich, total weg sein wird. Denn ich mich auch, weil ich mich aufrege oder halt wieder zu viel Summe oder irgendwas anderes mache. Keine Ahnung was. So. Los geht's. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Auf jeden Fall ist es schon mal sehr viel mit diesen Dingern wieder zu tun. Wow, das war gerade knapp. Ja, das war jetzt, das war jetzt blöd, habt ihr recht. Das hätte mir gar nicht passieren dürfen. Ich glaube, hier ist diesmal wirklich die Kacke am Rampfen, weil hier ist ja alles im Arsch. Aber, ich glaube, es könnte noch machbar sein. Nein, nicht, wenn ich sowas mache. So, bitte fahre und bring mich ganz sicher ans Ziel. So, und so. Und erster Checkpoint und wieder ein Heal-Item. Perfekt. Ja, er verfolgt mich wieder. Diesmal mit mehr Dingern hier anscheinend. Okay, 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 okay. Gut, 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 gut. Ich muss wieder runter. Wir haben zu spät gesehen. Entschuldigung. Ich glaube, das ist mir bei dem Level ja auch schon mal passiert, kann das sein? Oder ist es komplett neu? Oh, je, 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 je. Achso, okay. Alles klar. Dankeschön. Oh, ich war schon wieder kurz vor dem Checkpoint. Oh, nein. Ich muss ein bisschen auch auf die Lava achten, weil das ist ja hier Sumpf und so alles. Ich weiß wirklich gar nicht, ob die Welten jetzt hier irgendwie anders sind oder nicht, aber anscheinend sind sie anders. Wow. Nein, halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Sippidi-Duda, Sippidi-Jay. Spaß und Fröhlichkeit tut niemandem weh. Blüte und Sonne auf der Allee. Sage mir freudig, Sippidi-Jay. Jawoll. Wisst ihr, wenn man einfach nur ein bisschen singt oder so, dann vergeht die Zeit wie im Nuo. Oder halt auch das Level. Hat diesmal wurde ich nicht verfolgt. Hälte. Wow, das war fies. Ja, doch, das Level wurde, glaube ich, komplett nochmal anders gebaut, dann. Aber ich würde gerne was zum Heilen haben. Oder ein Checkpoint. Checkpoint, danke, ja. Das Krasse ist halt wirklich, die ganzen Dinos bleiben einfach hier, als ob nie was passieren würde. Oh, oi. Halt, jopp. Oh, halt, jopp, halt, jopp. Jopp, sack, oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist gut, das ist gut. Und das ist scheiße. Nein, ich hab doch... Verdammt. Das hätt' eigentlich nur zählen müssen. Äh, army? Achso, gut. Wow. Jawohl, geschafft. Checkpoint. Nein, noch mal, ich mach was zum Ende. Ich weiß, dass ich was zum Ende bin, das weiß ich jetzt schon. Oh, das ist ja cool. gewonnen okay der sumpf war jetzt nicht so schlimm da waren die andere welt davor war sie irgendwie schlimmer das war jetzt irgendwie harmlos das war jetzt wirklich nicht so schlimm gewesen aber dann haben wir natürlich noch ein paar andere aufgaben noch zu erledigen zwei aufgaben haben wir noch nicht vergessen dies wird interessant so die boom boom ebene sie genauso scheiße aus wie vorher sie wirklich genauso schlimm aus wie vorhin sollte die nicht eigentlich ein bisschen schöner sein oder so weil die ist einfach nicht schön hier ist einfach nur alles irgendwie weitere wege sind irgendwie von vorgegeben also freigegeben ich kann einfach so durch diese ganze war noch nicht da ich hasse es ich hasse es ich hasse es ich hasse es lasst mich einfach nur vorbei meine freunde lasst mich nur vorbei ich tue keinem felsboppen irgendwie was zu leide lustig 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 und wieder vor dem checkpoint es ist immer vor dem checkpoint es ist nie vor was anderem leck mich darum sind hier eigentlich so viele die lustern noch mehr unterwegs so weit ich bin runter gefallen warum bin ich runter gefallen ich saß auf seiner nase warum warum wollte er mich nicht haben ich saß doch auf seiner nase oder hatte ich gerade irgendwie controller trifft oder so keine ahnung wenn ich ausser das hat das hat funktioniert keine ahnung warum und wie es funktioniert hat was hat funktioniert Oh, wie fies. Jawohl. Halt! Miran, ich muss ja unterrutschen. Na gut, okay. Hüpp! Holi, hopp! Alter, das ist echt... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Aha, wieder Checkpoint. Jetzt ist mir egal. Jetzt ist mir das wieder mal vollkommen egal. Es ist mir sowas von egal, Mann. Die Lady doody doody do. So. Nee, weh. Hier hinschießen, hier hinschießen. Ja. Brava Dino. Jawohl. Einfach durchgekommen. Und einfach durchgejumpt. Und dort hat's nicht gefunktioniert. So, jetzt. Uff. So. Hintese. Hintese. Hassi, Bubi. Hallihu. Halt, nee. Perfekt. Ich wusste gerade gar nicht, wo ich lang laufen musste. Aber, nee, funktioniert. So. Zack. Halt, da war was zum Heilen. Äh, halt, halt. Wow, nein. Ich hab nur was zum Heilen gesehen. nicht funktioniert einmal irgendwie cool sein und da darf man nicht cool sein weil man halt nur verliert du sollst du aufmachen hierhin schießen natürlich das war einer der das nicht macht ich bin mal wieder durch das kann aufgestanden heilung 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 ich liebe den checkpoint der checkpoint ist mein ich liebe ihn so sehr ich mag ihn so sehr er ist mein freund der checkpoint durch weiter durch weiter durch gegen gegner einfach ignorieren außerdem glaube ich an da habe ich bitte das leben haben neben neben dem leben jawohl weg dann nein du dumme sau wow geh weg nein hör auf hör auf zu schießen hör auf zu schießen hier bitte hier hin hier hin hier hin sonst hier einschießen wow ey diese welt ja danke und hier wieder die sache wieder ok ja klar dass ich das drin lassen ah cool und zack geschafft ja nein ich bin schon wieder auf den tipp reingefallen ich glaube diese stelle hier ist eine anspielung auf dieses internetspiel mit dem dino kann es sein also wenn du kein internet hast und den browser öffnest kommt ja irgendwann dieser dino der durch die wüste läuft ich glaube das ist eine anspielung hier drauf kann es sein aber ist ihm egal ich habe es geschafft das war gerade wieder ein krampf aber ich habe es geschafft sehr gut so gut leute dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten part wieder und danke fürs dabei sein und ich werde jetzt äh noch eine mission machen der vulkanische panik die vulkanische panik das letzte level von dem kataklysmus modus und dann müssen wir nur noch eine time attack glaube ich machen und zwei äh ja zwei eier und eine time attack okay da bin ich mal sehr gespannt leute dankeschön wieder fürs dabei sein ich hoffe ihr hattet wieder viel spaß und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss